Hallo zusammen, heute ist der 4. September 2010. An der Kamera ist mal wieder Luca und ich, Soraya, bin die Moderatorin. Heute filmen wir das beste Fest in Zürich, die Schwammerdinge-Kilbi. Was gefällt euch am meisten an der Schwammerdinge-Kilbi? Ja, die Band da hinten, die ist mega geil. Ja, die Leute halt. Ok, und kommst du nächstes Jahr auch wieder? Sicher. Und du? Mal schauen. Nächster, nächster, nächster. Hey, hey, hey zusammen, jetzt sind wir live vor der Autotritsche mit Archenda, Melissa und Susi. Also Meitzis, wie lange sind ihr schon da? Wir sind erst gerade gekommen. Also ich bin seit 6 Jahren schon da. Und was machst du so früh schon da? Also wir haben es gehängt mit Kollegen und so. Und ja. Und was findet ihr das beste an der Schwammerdinge-Kilbi? Ja, die Leute. Ja, ich finde so, Bane, cool. Also vor allem die da hinten, die ist cool. Aber die ist auch nicht schlecht, die, weißt du, für kleinere. Aber es geht gleich ab. Und was findest du das beste an der Schwammerdinge-Kilbi? Dass wir alle wieder sehen, nach langer Zeit. Ja. Wollen wir noch jemanden grüessen, außer mich? Ja, den Lidim. Also ich grüße alle, die mich kennen und die, die mich lieben. Ich grüße auch alle, die mich kennen. Heute ist ein ganz schlechter Tag für Schwammerdinge. Weisst du wieso, Tanja? Ja, weil du heute der letzte Tag für Schwammerdinge bist. Wir sind jetzt da gerade mit dem Nimi. Nimi, geht's dir gut? Ja, super. Und bist du schon lange da? Ja, ich war gestern da und heute vielleicht seit einer Stunde. Okay, und bist du schon auf den Bahnen gewesen? Ja, es gibt ja nur eine Bahn, die Insider da. Aber ja, die ist nicht sehr interessant. Und das Zürichfest? Das Zürichfest ist ja viel interessanter. Aber es ist ja cool da. Kommst du nächstes Jahr auch wieder? Wahrscheinlich schon, mit den Kollegen hängen und so. Okay, danke vielmal. Wir sind gerade an Ihrem Stand und ich wollte fragen, sind Sie jedes Jahr da? Ja, in den letzten Jahren sind wir präsent mit dem Stand. Oben haben wir noch den grossen Verkaufsagen, da sind wir schon seit 30 Jahren. Okay, und was gefällt Ihnen am meisten an Schwammerdingen? An Schwammerdingen gefällt mir das Quartier ausserordentlich, weil es sind sehr gute Kundschaft, treue Kundschaft. Und da ist ein Garant für uns, dass wir hier doch noch in so einer schweren Wirtschaftszeit noch ein wenig Geld verdienen können.